Hallo, mein Name ist Andreas und willkommen bei den Local Players. Heute geht es weiter in der Reihe Aussichtspunkte rund um Stuttgart. Und heute, ihr seht den Turm hinter mir. Heute möchte ich euch mitnehmen auf den Burgholzhof. Er liegt oberhalb des Pragsatels. Stuttgarter werden ihn kennen, gegeben von Weinbergen. Es hat eine schöne Aussicht Richtung Stadion, den Neckar entlang. Heute vielleicht nicht ganz so, aber im Normalfall ist es wirklich lohnenswert. Also folgt mir an dem Film, habt viel Spaß beim Anschauen und los geht's. I welcome the morning sun, after a night that burned so hard, so long. Packed up the family gun, while others they choose to fight, alone. I've never felt the moon burn bright, the scarlet sky shine through the night. Ashes fall all around, burning it all down to the ground. Another day. The things I want to know may Dimitri I ran into a friend of mine, the whites of his eyes won, so I'll use the Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020